Ähm, dem sein wilder Hund sieht aus wie ein Wolf. Und der greift uns auch gleich an. Nein, nein, kein Eimbeersaft trinken. Wobei, für dich brauchen wir keinen Pfeil, für dich rechten... Äh... Gute Entscheidung. Nein. Also, das war eher ein... Äh... Wolf als ein Hund. Wow, wir haben viel Ulm und Holz mittlerweile. So, dem seine Hühner sind jetzt sicher. Diese Ecke hier ist verschwörerisch. Und ja, dank Ledis könnte ich eigentlich auch die, ähm... Fackeln verkaufen. Alle mal hergehört. Na ja, erstens... Wer legt das die Schildhand? Wird gemacht. Ja. Der Wirlhund hatte wirklich ein herrliches Fell. Ich hoffe, es taugt für eine gute Bartprothese. Ich bringe das Fell am besten sofort zu dem Zwerg. Ach, wenigstens zwei Einbeeren. Okay, hier kann ich einfach rein und raus gehen, so wie es aussieht. Ja, wir haben hier gleich am Eingang ein Lager aufgeschlagen. Nee, weg will ich nicht. Kann ja auch nirgends hin. Mal gucken, wie gut ist diese Truhe jetzt gesichert. Ah, auch wieder zu gut. Okay, keine eitrigen Krötenschemel. Mal gucken, was hat die Krämerin? Ich weiß nicht genau, was habt ihr gerade? Pfeile und Bolzen. Na, dann können wir ihr die Fell fetzen. Mausefalle. Die Opferliste. Das Teil. Krähenfüße. Und helles Pferdokker verkaufen. Wir können jetzt den Weg nach oben gehen. Bibliothek. Grafenresidenz. Kontor Nicebeck. Also wahrscheinlich von der hinteren Seite, weil hier ist der Pryos-Tempel. Äh, hier ist der Perain- und der Rondra-Tempel. Zwergenviertel ist abgeriegelt. Ja, wir treiben uns jetzt hier schon eine ganze Weile in der Grafenstadt rum. Aber es gibt auch viel in der Grafenstadt zu sehen. Muss man ja zugeben. Und ja, ich glaube, ich kaufe vor Grimm dann noch einen Top-Film. Beim Rüstungshändler. Ja. 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 Äh, nein, nicht den. Nicht die Kettenhaube. Bitte zurückkaufen. Gott sei Dank kann ich sie wieder zurücktauschen, solange ich den Handel nicht abschließe. So, ein Tellerhelm für vor Grimm. So, dann bringen wir dem Zwerg mal sein... Einen falschen Bart. Ich habe das Film für euch besorgt. Es ist etwas dreckig. Ah, wunderbar. Der zeigt ja, das ist die Rettung. Da habt ihr es jetzt so, was ihr daraus machen könnt. Gut, sehr gut, sehr gut. Das hier hinten, das dorthin, ja, hin. So, sie geht. Schaut ihn euch an, meinem neuen Bart. Wunderbar, nicht wahr? Ha, 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 ha. Ich denke, ihr könnt euch so blicken lassen. Ich danke euch. Ich danke euch vielmals. Hier, nehmt diese Dukaten bei Ingram. Ich bin so glücklich, da muss ich erstmal drauf trinken. Schönen Tag noch. Oh, drei Dukaten. Die Bartprothese. Zufrieden mit seiner Bartprothese traut sich der Zwerg nun wieder und das Volk. Ha, du gräuniger Külter. Das hast du nun davon. So, wir können mal Steigerungspunkte ausgeben, denke ich auch mal. Zwei Punkte wenigstens entschleichen. Hm, können nicht schaden. Einen Punkt mal entfallen. Nehmen wir zwei Punkte entfallen. Entschärfen. Ja, komm. Zwei Punkte entschmieden. Ich habe ja gesagt, ich übernehme das Schmieden. Falschen maximieren. Das könnte auch nicht schaden. Äh, Schwerter steigern. Gut. Gute Entscheidung. Bei ihr Tierkunde, Pflanzenkunde, Heilkunde hoch. Einen Punkt in Selbstbeherrschung. Einen Punkt in Säbel. Dann nehmen wir den Punkt in Selbstbeherrschung mal wieder weg. Und packen einen Punkt im Bogen. Und verbessern mal ihr Wildnisleben. Meinen wir. So, bei ihm. Hiebwaffen ist auf Maximum. Gassenwissen hat sie. Sie hat sehr, sehr viel, was wir steigern müssen. Aufgepasst. Na klar. Äh. Ja, Menschenkenntnis und Überreden, das brauchen wir bei ihr nicht steigern. Also die drei brauchen wir nicht steigern eigentlich. Das macht nämlich, wobei Überreden sollte sie nehmen. Also keine Punkte mehr in Überreden bei uns. Überreden kriegt sie. Falschen und Menschenkenntnis kriegen wir. Äh. Zauber sollte ich bei ihr jetzt erstmal verbessern. So gut es geht. So, Verbindigtes hat Maximum erreicht. Und Balsam hat auch Maximum erreicht. Gut. Äh, ja. Gut, damit sind wir eigentlich in der Grafenstadt fertig. Für den Augenblick. Jetzt können wir den Rest der Aufnahmesession noch damit verwenden, uns unser Haus anzusehen. Dafür müssen wir nur hier am Paios-Tempel rüber in, ja, zum Paios-Platz. Also da sieht man sogar schon unser Haus. Also da sieht man sogar schon aus. Ja, Kräuterfrau Ackerbolt. Gut, damit reden wir jetzt erstmal Ardus Anwesen. Wie es der Herr vom Eberstamm war. Ja, da habt ihr recht. Gibt es ein Problem bei der Vorbereitung der Drachenqueste? Oh, was für eine Ehre. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun, bevor ihr aufbrecht? Eine Frage noch, Wirrbosch. Ja, Herr. Wissen Sie, wo ich Thorium von Kustik und die Hesindekirche finde? Sicherlich. Verlasse das Haus und heute durch am Preispatz links. Feucht den Weg bergab Richtung Stadtmauer, quer die Brücke und halte durch weiterhin links. Dort werdet ihr schon den neuen Tempel sehen. Er sieht wirklich strahlend schön aus nach dem langen Bauarbeiten. Eine andere Frage. Dieses Anwesen. Erzählt mir mehr darüber. Was kann ich hier machen? Ihr müsst wissen, Ardus war ein sehr vielseitiger Mensch. Da er auch sehr viel unterwegs war, brauchten wir immer viele Möglichkeiten, Dinge einzulagern. Oft zog er sich auch zurück und tüftelte an seinen Werkbänken. Doch an manchen Tagen, wie ein besonders schönes Wetter war, saß er einfach nur im Hinterhof seines kleinen Garten. Wie er ihn zu nennen pflegte und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Aber was genau interessiert euch? Wo befinden sich die Werkbänke? Leider wurden alle Werkbänke im Zuge der Untersuchungseismos konfisziert. Doch ich kenne Großhändler, die uns welche zu großen Preisen verkaufen könnten. 50 Dukaten würde eine kosten. Seid ihr interessiert? Nein, im Augenblick nicht. Grämt euch nicht her. Ich sehe große Abenteuer, in denen ihr Ruhm reicht und ihre Anhäufen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Habt Dank für den Worscht. Kann ich noch was für euch tun? Ich wollte euch etwas anderes. Ja. Erzählt mir über dieses Anwesen. Ihr sprach von Lagermöglichkeiten. Ja, wenn ihr euch in den Raum östlich der Eingangstype gebt. Dies ist der Lagerraum des Anwesens. Arthur hat dort immer seine Beute aus seinen Abenteuern aufbewahrt. Erzählt mir vom Garten. Wisst ihr, ein Garten ist eine Form der Meditation. Es war immer ein Ausgleich für Ardyn, in ihm zu arbeiten. Seit seinem Tod kümmere ich mich um ihn. Falls ihr in euren Abenteuern neue Pflanzen fehlt, bringt mir doch ein paar Samen mit. Es würde mich freuen, wenn der Garten wieder ein wenig aufblüht. Wenn da nicht diese verbeidet alte Katze wäre. Überall buddet dieser Flotte mich herum und bringt den ganzen Säck ins Haus. Doch Ardyn brachte sie eines Tages von einer seiner Reisen mit. Nun ja. Ja, diese Landkarte dort unter der Wand. Was hat es da mit auf sich? Ah ja, die hatte Landkarte. Ardyn nutzte sie immer wieder, um seine vielen Reisen zu planen. Dürftete ewig über die kürzesten Reisenrouten auf seinen Abenteuern. Schaut sie euch einmal genauer an. Ja, ich wollte etwas anderes. Ja, Herr? Erzählt mir über euch und Ardyn. Als falls, da habt ihr doch sicherlich schon einiges mit ihm erlebt. Das will ich wohl meinen, Meister Brennoir. Ich weiß noch nicht, wie er mich zu meinem Einstand als sein Hausverleiter aus dem Haus gescheucht hat, weil ich seine Kleidung hatte reinigen lassen.